Sarafina Wollny und ihr Peter könnten glücklicher nicht sein. Die beiden sind vor einigen Monaten Eltern von Zwillingen geworden und seit gut elf Jahren ein Paar. 2019 gab sich das Paar das Ja-Wort. Seit der Hochzeit trägt Peter auch den Nachnamen der beliebten Großfamilie. Dafür erhielt er schon die ein oder andere Kritik und ihm wurde vorgeworfen, den Namen Wollny nur aufgrund der Bekanntheit angenommen zu haben, denn oft nimmt die Frau den Nachnamen des Mannes an. Vor der Hochzeit hieß er Peter Heck. Zu diesen Vorwürfen äußerte sich Sarafina nun vor kurzem in ihrer Instagram-Story und nahm ihren Ehemann in Schutz. Er hat den Namen angenommen, weil es mein Wunsch war und am Ende des Tages hat die Liebe gesiegt, so Sarafina. Dass es bei den beiden um wahre Liebe geht, beweist nicht nur die lange Zeit, die Sarafina und Peter schon zusammen sind. Immer wieder machte die Wollny-Tochter ihrem Mann süße Liebesgeständnisse auf Instagram. Ich liebe dich wie am ersten Tag, sogar noch mehr. Es ist perfekt so, wie es ist. Wir sind vollständig, schwärmte die Zweifach-Mama einst. Kurz nach ihrer Hochzeit holte sich das Paar tierischen Nachwuchs mit Zwergspitz-Pfeivel. Damals verrät Sarafina, dass sie sich zwei eigene Kinder wünsche und sogar eine Adoption plane. Trotz großem Kinderwunsch sollte es mit der Schwangerschaft lange nicht klappen. Im Dezember 2020 machte Sarafina dann auf Instagram bekannt, »Ich bin schwanger«. Im Mai kamen ihre Zwillinge Amory und Casey auf die Welt. Der errechnete Geburtstermin sollte eigentlich der 23. Juli sein, doch die beiden kamen als Frühchen auf die Welt. Bereits in der 30. Schwangerschaftswoche mussten Amory und Casey per Notkaiserschnitt geholt werden. Inzwischen sind die Kleinen sowie Sarafina und Peter wieder zu Kräften gekommen und genießen ihre Zeit als neue Familie. Immer wieder teilt die Wollny-Tochter Fotos der Babys und lässt ihre Fans und Follower an ihrem Leben teilhaben. Erst vor kurzem feierte die Familie die Taufe der Zwillinge. Sarafina und Peter Wollny könnten glücklicher nicht sein. Endlich ist ihre Familie komplett und die beiden sind dankbar für jede Sekunde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.